Hallo Leute und willkommen beim Sparmelk. Der ein oder andere von euch kennt uns vielleicht schon, das ist der Fuchs. Ich bin Franz und ab jetzt gibt es auch hier jede Woche ein neues Video auf dem neuen Kanal Sparmelk, wie gesagt. Absolut richtig. Wir werden viele, viele interessante Videos für euch machen. Das bedeutet, wir gucken uns natürlich die aktuellsten Flaggschiffe an, werden diese auch ein bisschen vergleichen miteinander. Wir gucken uns aber auch Midrange-Smartphones an, Einsteiger-Smartphones. Wir werden uns so ein bisschen um die Best-Ager, also um die ältere Generation kennen und uns Senioren-Handys anschauen. Wir gucken uns Auto-Handys an und alle Rubriken, die ihr euch irgendwie wünscht oder vorstellen könnt. Falls ihr also Wünsche habt, falls ihr irgendwas sehen möchtet, klatscht uns das unten in die Kommentare und dann gucken wir uns das an. Wir werden aber auch interessante Talkrunden machen und dafür immer verschiedene Gäste da haben. Der erste Talk ist bereits abgedreht, da haben wir uns das Technik-Fault hier geschnappt. Ich glaube, das war schon ganz lustig und wird für euch auch interessant werden. Ja, gucken wir uns sonst noch irgendwas an hier. Wir werden natürlich für euch auch auf den wichtigsten Messen sein, beispielsweise jetzt dann auf der IFA 2015 im September in Berlin. Da natürlich die wichtigsten Neuvorstellungen anschauen. Aber geplant sind auch so Hintergrundberichte, beispielsweise wie läuft mal so eine Pressekonferenz ab, wenn was Neues vorgestellt wird. Anreise, Abreise, eben wie so eine ganze Messe abläuft, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja, wie gesagt, es steht einiges an. Das waren nur so mal ein paar Themen, die wir hier abdecken wollen in den nächsten Wochen. Er hat es schon gesagt, jetzt seid natürlich ihr dran. Irgendwas Besonderes, was ihr sehen wollt, was ihr davon haltet und so weiter. Ab damit in die Kommentare. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Das erste Video kommt, wie gesagt, schon in den nächsten Tagen wird dann alles auch nochmal angeteasert. Wir sind gespannt, freuen uns, oder? Und ich würde sagen, dann kann es bald losgehen. Auf jeden Fall, wir sind sehr gespannt.